Wobei mir nicht sicher ist, ob sie OMG. Also es könnte sein, dass sie auf das gleiche Problem treffen werden wie Bora. Das Lustige bei FLYFPC war es mal so, da gab es auch mal so ein Event, das war das Server-Start-Event von Dryad. Da gab es auch Amazon-Gutscheine zu gewinnen, auch mehrere hundert Euro. Und da war es dann so, dass sie gebannt wurden bei Amazon, weil sie zu viele Gutschein-Cards gekauft haben. Das war irgendwie so, keine Ahnung, Scammer-Vorsicht oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat Amazon sie dann gesperrt, dass sie keine weiteren Gift-Cards kaufen können, weil sie schon so viele Gift-Cards gekauft haben. Und dann konnten sie den Gewinnern die Gift-Karten nicht geben. Weiß nicht mehr, was sie dann gemacht haben, aber auf jeden Fall ging das nicht. Und dasselbe Problem wären die hier wahrscheinlich... Gibt es Leute, die zahlen 2K? Also heute hat ein Screenshot die Runde gemacht von jemandem, der fast 40.000 Euro gecashed hat. Bei FLYF Universe. In sechs Monaten. Also Release war vor sechs Monaten etwas 40.000 Euro gecashed. Aber ich persönlich denke, dass der Screenshot fake ist. Also ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber I don't know. Wollen wir halt nicht wirklich überprüfen. Er spielt jetzt seit September. Ach so, stimmt. Ja. True. Aber gut, drei oder sechs Monate. Ich glaube, das macht jetzt hier nicht mehr das Krautfett. Also ich wette, wenn du dem eine perfekte Krabbe für 2.000 anbieten würdest, der würde zupacken. Und zwar ganz schön doll. Der würde wahrscheinlich dir noch die Hand abschlecken danach. Geh für die Krabbe. Äh, was? Cringe. 1937. Was? 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 Das war mein Bankpasswort. Das hättest du vielleicht nicht schreiben sollen. Uff. Wieso ist hier drin ein Schneesturm? What the fuck? Alter, ich sehe halt fast fucking Clockworks nicht. Hier drin ist einfach ein Schneesturm. What? Wer zum Teufel ist dafür verantwortlich? Can't see shit. Das war der schlechtest mögliche Drop. Was denkt ihr, würden sie machen, wenn ein Spieler alle drei Tickets bekommt, aber er nicht abused hat, sondern legit auf einem Account, ein Charakter und alle drei Tickets? Was würden sie dann machen, denkt ihr? Ich glaube, sie würden seine echte Adresse finden, seine Autoreifen zerstechen, seine Scheiben einwerfen und ihn perma bannen. Aber es ist nur eine wilde Vermutung. Vielleicht würden sie auch nichts tun. Piss dich. Haha, Loser. Kannst mich nicht mal töten. Habt ihr gesehen, wie ich den Loser weggesteckt? Tja, das ist jetzt natürlich ganz schön peinlich. Was ist das wert? 5.5 Mio? Ey. Uff. Wir könnten sie schnell auf 40 machen, aber naja, ist eh zu spät. Saftige 4% verloren. Der gute Alte Manfred 1. Level 33. Respekt der Hassel von Manfred 1. 5.7 Mio. 4 Schneebälle? 3.6 Mio. Manfred 1.6 Mio. 33 assist der wird noch bei albert er gibt es einfach real er ist ein real one trust hier gibt es normale menschen der ist tatsächlich normal glaube ich er ist oder man ich bin so misstrauisch geworden er doch der der ist legit er ist legit der ist tatsächlich diese fliegt er ist aber was verbrochen hätte wir haben doch alle dreck am stecken du kannst dir niemandem vertrauen ja das ist auch ein bot